ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Wieder ein Schauschützer, aber diesmal auf Support hier drückt Echt krass, da sieht der ja gar nicht Der, da kann ich ja ein Damage-Dealer nehmen, oder? Wen nehmen wir denn da als Damage-Dealer? Da haben wir Soldier? Ne, wir hatten Soldier noch nicht Dann nehmen wir mal Soldier! Alles klar, wie wunderbar Heute sind wir alle Soldaten Heute sind wir alle Soldaten Was ist das? Alles klar Also was hätten wir denn bei dem als Fähigkeiten? Einmal seinen Stummi drin Normale Fähigkeit Nachlagen kennt man ja auch Dann hätten wir noch auf Also da wäre die linke Maustaste Rechte Maustaste wäre dann OK Eher Granaten, wie weitergegeben Geschossen werden Dann können wir rennen Wir können rennen Durchgehen Und wir können was zum Heal legen Das ist wirklich gut aus Das ganze Zeug, das sie mich reingepunkt haben Muss ja für irgendwas gut sein Im Provenzieren So schön So schön 2 4 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 10 10 10 7 10 13 10 13 14 16 16 19 17 19 20 20 20 düdüdüdüdüdüdü Der kann ja auch so ein Schild machen der den Schaden reduziert oder gänzt nicht mehr vergesst es Wer kann aktivieren? Ah, ein wenig Geld. Ah, ich kann es nur wiederholen. Du bist ja Eis Eisbann! Ja, ich kann ein Eisbann, ich kann das aber auch mal ein bisschen. Ich kann Apoel, so schnell. Es ist ein Wunder, ey. Ich kann hier nicht mehr mit mir. Ich kann hier nicht mehr mit mir. Ja, ich kann nicht mehr mit mir. Aber ich kann nicht mehr mit mir verraten. Ich kann nicht mehr. Die Wacht hat den Chefbund erreicht. Haben wir auch Gegenspieler? Weil das jetzt hier irgendwie ja schnell geht. Ach verdammt, ich hab's doch gehört. Er macht den Ultimo-Raid. Nein, ich soll hören. Und zack, kriegt ihn rein. Egal. Kommt ihr nicht drauf. Wohin bestellst du. Ich guck mich nicht an, oh das Scheiß, wie wir offen dran rufen. Was? Ich war doch ja nicht mehr im Sichtfeld, ey. Haben wir einen Anzug? Wir haben ja gerade echt seine Ultimo-Raid-Feuer. Der Anzug. Wir haben noch sieben Minuten, um ein kleines Stückchen da zu schaffen, Leute. Der ist da... Nee. Nee, nee, nee. Ich bin echt an... Lass da, ey. Ich bin echt an... Ich bin echt an... Ich bin echt an... Ausherī. Okay, wir haben... EZsung von EZ送 gewjonzt. Yeah. Wir haben's drauf. Highlight des Spiels. Ich rocke. Ich rocke! HA! Ja, ich hab sogar das Teil gemacht. Voll krass. Highlight des Spiels. Krasser Scheiß. Was kriegst du mir in der Stimme? Okay Leute, wow. Ich bin der Easy Miesi. Wir haben sie gerippt. Richtig hart gelippt. Ja, ihr wisst ja, wie immer. Twitter. Twitch verlinkt. Daumen nach oben wäre nice. Warte, die gehen wir jetzt mal zu Hause. Daumen nach oben wäre geheikel schon gesagt. Mercy is heiß. Abonnieren wäre nice. Und einen Kommentar, was ihr noch verbessert werden könnt. Müsste, sollte, hätten. Könnt du. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Soulja. Und ich bin dann auch mal weg. Ich muss mal versuchen. Jawoll. Vielen Dank. Ja. Pharmagies. Bye. ハ